Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, Dead Nations Apocalypse Edition. Ich spiele hier mit dem Oraxis zusammen. Der Paket in Artgabts. Ja. Ihre UPS-Lieferer, genau. Das sind die ja immer so Mitarbeiter. Das ist 20 Uhr zustellbar, habe ich gesagt. Links, rechts, Kados. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Und oben. Und links. Oh, okay, ich lach zurück, tschüss. Nein, nicht zurück, das ist ungut, das ist sehr ungut. Das ist nicht klug gewesen. Ich höre irgendwo was. Deswegen hast du gedacht, ich schieße nur auf ein kaputtes Auto. Hab ich mich gerade erschrocken? Ja, der hat gelauert. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ich glaube, man hat fast die Schulter aus Kugeln zu, wenn ich zahmgezuckt. Das ist das, oder? Das bin ich. Ach so. Wirf, wirf wenn du irgendwas hast. Ich habe nichts. Wieso hast du nichts? Wie schieße ich? Okay, so. So wie vorher auch. Ein Fetter. Ja. Nein, noch mehr. Ich würde gerne zurückgehen, ich wollte noch was kaufen eigentlich. Warte, was ist hier los? Zum Glück habe ich die Shotgun. Oh, nee. Der steht noch wieder auf. Der hat nichts, der steht wieder auf. Das erwartet man von Fetten eigentlich nicht. Ich bin tot. Nein. Ah, hinter mir. Oh, eine Granate oder irgendwas. Oh, ich habe mich angezündet. Mein Harden-Monitor auch nicht in die Ecke. Ich bin tot. Wir können doch eigentlich jetzt doch mal gar komfort beginnen. Nein, ich schaff das. Ich schaff das. Das war nur der Anfang. Ich mache das jetzt allein, wenn es sein muss. Dein Opfer wird nicht vergessen werden. Tot. Nein, das war auch nicht. Das war nicht so eine gute Idee. Was haben wir uns dabei gedacht? Natürlich, für den einen nimmst du den jetzt. Das war so wichtig. Du musst den nicht auf die Schrotfunte, gell? Ja, die hebe ich mir eben für den Aufzug auf. Du kannst dich schon auf, glaube ich. Du kannst dich schon auf. Ja, und dann springen die Möge genau ins Knack. Dann sind die auch drauf. Ja, na, schau. Ja, angenehm. Ja, ja. Lass mich. Bitte. Ich will doch nur. Was Teamwork alles bewirken hat. Ja, genau. Es war auch schön, wenn wir auf die Wände schauen. Nein. Okay. Ach du, ich renne. Oh mein Gott. Gut gemacht. Hintosh, Hintosh. Ich habe L1, keine Ahnung. Ich mache nochmal L1. Ah, ich hasse. Geld. Tod. Der, der One-hitter dich. Bitte nicht. Ja. Huch. Helf, L1, ja. Helf, L1, ja. Helf, L1. Blöde Perspektive. Oh Gott. Ja, toll. Ja, springen wir mal. Zwei von denen. Ja, viel Spaß. Drei von denen. Ja, mach das jetzt klug. Hau Granaten. Noch mehr Granaten. Hau Granaten. Das ist doch so eine scheiß Granate. GPS Granate. Hau die Fläche. Oh, Leben. Das hätte ich gern. Ich nicht. Ich brauche sowas nicht. Alter, was heißt das? Lass dir das. Du kommst eh nicht mehr auf die Welt. Ja, so nicht. Jetzt töten. Danke. Du kannst auch weitergehen. Vielleicht ist das Ziel dahinter. Geh weiter. Nein, wir haben gesagt erst mal, dass wir uns dreimal fragen müssen. Dahinter ist das Ziel. 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 Rein, bitte. Schau, da hinten ist irgendwas. Was ist das? Es ist zu. Wir müssen das Gebiet hier schaffen. Dann schaff's. Einfach mal. Nicht rein zum Gegner. Wie soll ich den Gegner besiegen, wenn ich nicht zum Gegner renne? Hm. Jetzt töten. Alter, ich muss jetzt nachladen. Wie wär's mit jetzt töten? Später nachladen. Oh, was macht denn der da? Oh, jetzt töten. Und nochmal töten. Schnell, 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 schnell. Jetzt töten, töten, töten. Boah, was ist mit dem? Ja, da ist eines. Hat sich weggesprungen. Komm schon, komm schon. Ja, ja. Nein, 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 nein. Oh, ja, ja, ja. Ja. Wir kommen echt erstaunlich gut durch. Gerade am Friedhof sind eigentlich immer die schwersten Level im Zombiespiel. Ich hab ja gesagt, da ist keiner mehr. Hast recht. Alle weg. Das sind eigentlich alles Lebende. Genau, die wollen Hilfe. Die kommen so, hilf mir, hilf mir. Wah, ist lästlich. Und wir natürlich voll auf Koks. Oh, Zombies. Weg, 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 weg. Nein. Gar nicht gut. Okay, jetzt bin ich aber sauer. Ah, das hättest du gebraucht. Sorry. Ah, ist ja gut, passt schon. Ich weiß, du spielst gerne allein weiter. Oh, Geld. Oh. Oh, noch mehr Geld. Oh. Oh. Wo denn das reinfliegt? Ich hab mich ja nichts rumgedreht dafür. Ich geh doch mal ran. Ah, das geht wirklich. Das wollte ich nichts. Ah. Mann. Hey. Ich glaub, da, wohin du bist, müssen wir eh. Oh, da hat er. Oh. Oh. Schatten. Michael. Wenn ich mit dem... Mit Maschinenpistole schieße, hätte ich zu einer anderen Seite, als er aufgehängt. Ja, gell? Brrrr. Hinter uns. Ja, ich zünd' die mal vorne an. Ja. Das hat sich echt gut ausgebreitet, das Feuer. Ja. Brauche ich zum Glück, ja. Ah. Lauf zurück, lauf zurück, Elzer, Elzer. Ja. Das war's dann mit dem Flammenwerfer. So ist übrigens der Brand in Australien entstanden. Oh nein, Reichweite dazu wird abgegradet. Also ich bin schon draußen. Bei mir steht Laden wird verlassen. Achso, ja, gut, ich hab's versaut. Ja, dein Lebensmotto. Hey, wieso können die da rein? Das ist unfair, unfair. Nicht in meinem Land. Oh, die Tür ist nicht und zu. Alter, Alter, sind da viele. Hör alles hin, was du hast. Vielleicht nicht so. Klingel, Mensch, klingel, Mensch. Weg, 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 weg. Ja, ich hab nix. Ich zünd' den an. Ja. Ich bin tot. Was geht mit ihm überhaupt? Nein, 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 nein. Das fragt man nicht so hier. Was ist das? Ich seh den nicht. Das ist er. Vorschlagszombie da. Wirklich. Unnötig. Ja, wirklich. Hat sich seiner Mutter auch schon gedacht. Du bist unnötig. Piss dich einfach. Wer hätte gedacht, dass es einem Spiel wie diesen Logik gibt. Fertig. Okay, gut. Da gehen wir wieder. Jetzt spürt mir was, weil ich funke ins Gesicht. Ah, danke. Ja, du versuchst die Elektronik. Ach so. Wir sind intelligent. Intelligent. Viele können sie jetzt nicht mehr sein. Stimmt, das ist ja nur der Anfang des Levels. Ich würd' mal da gehen. Ja. Dann wissen wir's dann fürs nächste Mal, wo's besser läuft. Genau. Tschau, lieber. Nein! Gehen wir mal da runter. Okay. Sehr schön. Hier ist nichts. Oder? Das nennt sich Wand. Kannst du mal deinen Kopf dagegen drücken? Isch. Protoanzug 5. Nice. Ah. Ah. Oha. Okay. Oh, na. 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 Ich wusste nicht, dass alles so enden wird. Meins. Ich hab's dir auch gelassen. Meins. Nein, ich kann's nehmen. Du kannst es dir nicht nehmen. Kannst es zerstören. Okay. Die treu ich halt auch zu. Er ist Geld wichtiger als dein Leben. Munition brauchen wir aber nicht. Uff. Oh Gott. Ich bin ein bisschen panisch. Ist doch Leben unten vielleicht für dich. Ja. Da, da, da ist Leben. Da ist Leben. Oh, Herr. Ich bin ein bisschen schnett. Ich bin ein bisschen schnett. Ja, wirklich. Du meinst es nämlich nicht einmal so. Du bist so dumm. Ja. Ich hoffe übrigens, dass das Zuschauen hat Spaß gemacht. Das Spielen ja nicht so. Das hoffe ich auch. Wir haben so viel gelitten für euch. Ich hoffe, euch hat das ganze Projekt gefallen. Und wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt. Bis dann. Bis dann. Bis dann.